Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Fallout 4 DLC, Automatron. Wir sind weiterhin auf der Jagd nach dem Mechanist. Wir sind in seinem Revier, in seiner Fabrik. Wow, der hält aber einiges aus. Ich kann mit ihm reden. Ich kann ihn hacken. Kann ich ihn hacken? Einheit abschalten. Hat es geklappt? Es hat tatsächlich geklappt. Ich hab ihn abgeschaltet. Mit meinem, äh... Wie heißt denn der Skill? Wir sind bei dieser Perk, den ich extra gelernt hatte, hier für dieses DLC, um die Mods zu bauen. Aber natürlich mach ich die alle kaputt. Denn nur so kann ich die schönen Bauteile looten, die wir natürlich brauchen. Hacken! Hacken! Und abschalten. Tatsache, ich kann die einfach so abschalten und dann abknallen. Coole Sache. Aber wie nah muss ich dafür rankommen, ist die Frage. Moment, das möchte ich mal gerade kurz gucken. Äh, nee, Quatsch. Falsch. Und zwar hier, in die Perks. Und zwar ist das ja hier gewesen, der... Genau, der Robotik-Experte. Wenn du einen Roboter erfolgreich gehackt hast, kannst du ihn zu einem Angriff aufstacheln. Und Rang 3, wenn du einen Roboter erfolgreich gehackt hast, kannst du ihm genaue Anweisungen geben. Hm. Es ist irgendwie schon lustig, ne? Ja, aber das ist mir jetzt doch zu blöd. Gut. Also, das ist mir... Wäre zwar eine coole Sache, aber jetzt extra einen Skillpunkt zu verschwenden, nur für das DLC. Und ich vermute mal, dass wenn wir jetzt den, ähm... Den Mechanist besiegt haben, dass dann das DLC auch schon vorbei ist. Von dem Umfang her wird es, glaube ich, nicht so groß sein. Vielleicht ist das sogar schon die letzte Folge. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie groß das hier ist. Vielleicht kommt ja danach noch was, aber... Ich glaube, dass der Umfang nicht so groß sein wird. Und dafür jetzt noch einen Skillpunkt zu verschwenden, in Anführungsstrichen. Auch wenn ich im Moment eh nicht weiß, wo ich hin damit soll. Aber ich habe schon ein paar Ideen, was ich damit mache. Das kommt dann wieder im regulären Let's Play. Also, es ist ja das reguläre Let's Play, was wir hier sehen. Das ist halt nur jetzt das DLC zwischengeschoben. Wenn ich dann die Story weiterspiele, dann verteile ich auch wieder neue Skillpunkte. Für alle Leute, die hier extra zum DLC übrigens einschalten. Ich hoffe, dass ein paar von euch hier dabei sind, die dadurch vielleicht auf mich aufmerksam geworden sind. Die sind natürlich gerne dazu eingeladen, auch zu meinem normalen Let's Play einzuschalten. Und mich gerne zu abonnieren, wenn sie das möchten. Natürlich nur, wenn ihr auch zuguckt. Also, ich bin nicht auf Abonnenten aus, die dann nie wieder einschalten. Das sage ich den Leuten auch immer, wenn sie mich abonnieren. Weil davon habe ich nichts, wenn ihr mich abonniert und dann nie wieder einschaltet. Da habe ich lieber weniger Abonnenten und dafür mehr Zuschauer, als viele Abonnenten und dafür keine Zuschauer. Falls ihr versteht, was ich meine. Was habe ich jetzt gedrückt? Aufgaben der Einheit. Schrott sammeln, Reparaturen, Verlade, Dock. Ja, uninteressant. Reparaturanweisungen. Ja, auch uninteressant. Und wenn ihr das lesen wollt, dann könnt ihr ja das gerne Stop drücken und lesen. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwas übersehe. Zum Beispiel eine Wackelpuppe. Oh, oh, oh. Na, kein Problem. Wie ist das denn mit dem Hacken? Gelingt das zu 100%? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, hier könnte ich jetzt mit dem... Ding rüberschippern. Machen wir auch. Oh je, das wird bestimmt gefährlich. Ich wette, ich werde dabei angegriffen. Hier unten haben wir alles gesehen, oder? Müsste ich eigentlich überall gewesen sein. Oh, Stromkabel. Fährt das Ding mal runter, die Brücke hier? Ah, okay. Das ist gar keine Brücke. Es ist ein Tor. Ein Tor. Fehlt nur noch ein Loki. Es geht tiefer in die Anlage hinein. Ich bin ja schon sehr gespannt, was... was mit unserer Jezebel auf sich hat. Die kleine Nervensäge, die kleine... Das ist eine kleine Zicke. Ich hoffe eher, dass ich sie behalten darf. Und dass sie ansprechbar wird. Und ich sie als Begleiter mitnehmen darf. Und nicht, dass sie wirklich ins Commonwealth einfach entflieht. Denn da wird sie bestimmt Unfrieden stiften. Und äh... Leute töten, habe ich so das Gefühl. Deswegen muss ich... Darf ich das, glaube ich, nicht zulassen. Obwohl, Kyrie wird es bestimmt nicht gefallen, ne? Wenn ich Jezebel töte. Research Wing. Der Forschungsflügel. Also ich hatte auf jeden Fall mit mehr Widerstand gerechnet. Es kommen zwar zwischendurch... krasse Roboter, die auch... die wirklich krass drauf sind. Viel Schaden auszahlen und einiges einstecken. Aber ich hatte mit einer größeren Vielzahl... gerechnet. Property Storage. Property können wir doch immer gebrauchen. Oh, Mützen. Eine Kapitänsmütze. Die nehmen wir mal mit. Oh, ein Meister-Terminal. Gladiators. Kein Treffer. Binoculars kann es da nicht sein. Especially. Auch nicht. Stronghold. Auch nicht. Okay, jetzt ist es... Die Frage... Domination. Kann es nicht sein, wegen dem Ender. Muss es Conversation sein. Bin durch. Conversion, so. Türfernsteuerung. Habe ich es jetzt geöffnet? Ich vergesse oft, dass Menschen hier eine Tastatur brauchen, um auf ein Terminal zuzugreifen. Wow, hier gibt es jede Menge Zeug. Nett, nett, nett. Nett, nett, nett. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Haben, haben, haben. Oh, ein blauer Baseballschläger. Ah, was hat sich doch gelohnt, hier den Meister-Skill gehabt zu haben. Gold? Okay. Vorkriegsgeld ist leider nichts mehr wert. Hier haben wir noch ein paar Fusionszellen. Roboterteile-Modell, cool. Armeemunitionstasche, was da wohl drin ist. So, ich bin auf jeden Fall jetzt zu schwer. Macht dabei nichts, denn wir haben unserer guten Ada noch überhaupt nichts aufgehalst an Zeug. Sie ist noch komplett unbeladen. Komm mal her, Ada. Du kriegst erstmal die ganzen Mods. Die sind ja schon mal einiges schwer. Boah, wir haben wie viele Mods wir gefunden haben. Leck mich am Arsch. Und die ganzen Schrott, den kriegst du auch noch. Es müsste wirklich so einen Knopf geben. Alles geben. Und zwar aber nicht alles, sondern wirklich aus diesem, aus diesem Abteil dann nur. Dann könnte man wirklich mit einem Knopfdruck den ganzen Schrott rüberladen. Das wäre echt mega praktisch. Boah, guckt mal Leute, wie leicht wir jetzt sind. Ich habe 200 Gewichtseinheiten abgeladen. So, hier wollte ich aufs Terminal gucken. Genau, so war das. So war das. Das wollte ich machen. Oh, eine... Ein Kennwort fürs Fendungsterminal. Ist das das Fendungsterminal? Nein, ist es nicht. Sie haben heute wieder einige Subjekte abgeladen. Ich weiß nicht, was diese Leute getan haben. Aber da sie aus zivilen Gefängnissen stammen, kann ich nur vermuten, dass sie der Abschaum der Gesellschaft sind. Ich glaube, die Leute haben keine Ahnung, was hier mit ihnen passieren wird. Aber eins ist sicher. Für die Gefangenen wäre es sicher besser, wenn sie ihre Strafe woanders verbüßen würden. Oh. Okay, er ist bescheinlich der Nächste, dem der Kopf aufgeschnitten ist. Wenn das rauskommt, dass er das Ganze hinterfragt. Die Gerüchte, die im Blog die Runde machen, werden immer schlimmer. Einer unserer Informanten meinte, dass die Gefangenen über einen Aufstand nachdenken. Wenn es stimmt, was man so hört, dass die Gefangenen zerlegt und in die Teile für Roboter verwendet werden, kann ich ihnen das nicht mal wirklich verdenken. Esteban meinte, dass wir direkt Status Gamma 9 einleiten sollten. Aber ich will keine Panik verbreiten, wenn es sich vermeiden lässt. Ich habe beschlossen, nach ganz oben zu gehen und die Sache mit General Rawlings zu besprechen. Es ist egal, ob das Kriminelle sind oder nicht. Diese Experimente sind falsch und müssen gestoppt werden, bevor es zu spät ist. Broderick wurde heute aus der Anlage versetzt. Ich schätze, er darf jetzt Klos in irgendeinem abgelegenen Horchposten in Anchorage schrubben. Sie haben mir die Leitung des Zellenblocks übertragen und ich habe Status Gamma 9 eingeleitet. Nach zwei Tagen dachte keiner der Gefangenen mehr an einen Aufstand. Jetzt ist wieder Ruhe. Die Führung hat mir das Okay gegeben, Leute in die medizinische Abteilung zu schicken und alles verläuft nach Plan. Wenn wir den Feind in diesen Bereich schlagen wollen, müssen wir die Roboter einsatzfähig bekommen. Ist doch egal, was mit ein paar miesen Verbrechern passiert. Ich habe Broderick gesagt, dass er die Füße stillhalten soll, aber er wollte nicht auf mich hören. Ich dachte gerade, er würde verstehen, dass das wohl vieler schwerer wiegt, als das wohl einiger weniger. Okay, es steht hier von wem die Mail ist. US Army, Militärpolizei, persönliche Aufzeichnung. Raymond Esteban. Und er hier? Ja, Broderick. Ja, Broderick ist nämlich nicht versetzt worden, denke ich. Broderick ist getötet worden. Broderick wurde heute aus der Anlage versetzt. Ja. Okay, liebe Leute, jetzt wissen wir auch so ein bisschen, was hier los ist. Warum die Roboter alle so freakig sind und so böse sind, das sind alles Knastis. Die haben einfach Roboterhirne genommen und haben das in, äh, in, äh, ach Quatsch. Knastige Hirne genommen und haben die in die Roboter eingepflanzt. Ja, kein Wunder, dass die so aggressiv sind. Was ist das? Oha. Das ist der Zellenblock. Ja, was soll da schon Gutes bei rauskommen, ne? Wenn man das Gehirn von Verbrechern nimmt und die in Roboter einsetzt. Ist doch klar, dass die alles töten wollen. Also, das macht zumindest Sinn. Kann ich die jetzt hier alle aufbrechen, oder was, die Zellen? Schön. Oh, oh, oh. Okay. Ich dachte schon, er steht wieder auf. Nadex. Ich weiß nicht, ob ich das alles aufbrechen soll hier. Ah, das sieht echt eklig aus, äh. Das ist aber doch eine Frau, oder? Haben die auch weibliche Gefangene genommen? Naja, wahrscheinlich brauchte man männliche und weibliche Gehirne, ne? Klar, unser Jezebel ist ja auch, ist ja auch weiblich. Geschafft. Ist Jezebel dann auch ein Knasti? Wenn sie, wenn sie von, auch von Robco gefertigt wurde. Also hier in dieser, in diesem Ding. Ich meine, okay, nicht alle Roboter sind böse, ne? Die Mr. Handys sind ja auch. Ne, die Mr. Handys haben aber auch kein Gehirn. Eigentlich müssten alle, alle Dinger, die ein Gehirn haben, müssten doch dann eigentlich böse sein, oder? Das heißt doch, dass unsere Aida, die wir dabei haben, auch böse ist. Ich hoffe, das ist euch jetzt hier nicht. Ich wusste, dass irgendwann einer aufsteht. Alter, der lebt noch, obwohl der gar keine Körperteile mehr hat. Ziele bluten und erleiden 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Ich wusste, dass irgendwann einer von den Ghulen aufstehen wird. Ich frage mich nur, warum die zu Ghulen geworden sind. Warum die nicht einfach gestorben sind. Weil die sind, die leben doch schon seit, also was heißt leben. Die verrotten schon mehr oder weniger seit über 200 Jahren jetzt hier in den Gefängniszellen. Aber hier gibt es doch gar keine Strahlung. Wieso sind die nicht einfach verhungert und gestorben? Oder verdurstet wahrscheinlich vielmehr. Okay, der steht auch auf. Du stehst bestimmt auch auf, oder? Das ist doch... Du stehst nicht mehr auf. Eine Pro-Snap-Kamera hat er dabei gehabt. Aber geil, wie der eine Ghul geplatzt ist. Und seit ich alle Gliedmaßen gleichzeitig verliert und... ...aber noch lebt. Das geht auch nur als Ruhe. Was haben wir da? Säure. Okay. Ich hoffe, euch ist das nicht zu langweilig, dass ich jetzt hier die ganzen Türen aufmache. Aber das ist mein... Das ist mein Spielstil. Ich muss immer alles erkunden. Alles... Ich will nichts übersehen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen langweilig ist, hin und wieder. Also, mir ist es nicht langweilig. Ich hoffe, euch auch nicht. Denn nur durch den Stil bin ich... Habe ich einige Sachen gefunden, die ich sonst nicht gesehen hätte. Ich habe so schnell immer das Gefühl, ich übersehe zu viel. Wenn ich jetzt sowas nicht machen würde, dann... Dann wäre das total unbefriedigend für mich, weil ich dann immer das Gefühl hätte... Ich habe nur die Hälfte des Spiels gespielt. Oh, du hast aber jede Menge Drogen dabei gehabt, Junge. War das eine Doppelzelle? Und einige sind ja gestorben. Ja, wir sind die erst gestorben, nachdem sie ein Ghoul wurden. Du stehst doch bestimmt auf. Vielleicht gibt es da auch irgendwo so eine Zentralsteuerung, wo ich einfach alle Zellentüren mit einem Klick aufbekomme. Das wäre es natürlich. Wenn ich das dann rausfinde, nachdem ich hier alles geöffnet habe, dass ich alles viel einfacher hätte haben können. Aber so kriege ich wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Du stehst doch auch auf. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass hier sogar vorwiegend Frauen sind. Die meisten Ghoul sehen irgendwie ziemlich weiblich aus. Oder die haben den Männern vorher Kleider angezogen. Vielleicht war das auch so eine Art der Folter. Oder sie haben vielleicht die Gehirne ausgebaut und... Vielleicht auch anderen wieder eingepflanzt. Nein, ich glaube nicht. Das wäre ein bisschen weiter geholt. Ja, aber es ist ja irgendwie... Da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Ist das nicht in jedem Film so, wo irgendwie mit Gehirnen von Verbrechern oder so gearbeitet wird? Dass da nichts Gutes bei rauskommt, wenn man damit irgendwelche Versuche macht. Ah, okay. Hier hätte ich... Ach hier, cool. Hier kann man von oben... Kann man die ganzen Leute beobachten. In den Zellen. Was hast du gemacht? Holding Block B. Also Gefangenen Block B. Dann wollen wir mal weiter. Wohin denn? Zur Observation? Nein? Research Lab. Zur Beobachtung wollen wir nicht. Also da waren wir gerade schon. Kommt jetzt wieder so ein Aufzug. Einfach mal provisorisch... Äh, nicht provisorisch. Prophylaktisch heißt es. In den Kopf schießen. Man weiß, ob der wieder aufsteht. So, und jetzt... Ah, hier. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Ich mag dich, Ada. Du bist der einzige Begleiter, der mich da unterstützt in meinem Sammelwahn. Alle anderen sagen immer, das wäre unbrauchbar. Research Labs. Okay, wird man erstmal desinfiziert, bevor man reinkommt. Kann ich da durch mit meiner Power Rüstung? Oder fange ich dann an zu rosten? Ist schon was größer, ne? Ist schon was größer hier. Oha. Und hier gibt es auch noch verschiedene Wege. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht komplett verlaufe. Hier ist der Gang, aus dem wir rauskommen. Da gehe ich erstmal nach rechts. Weil eigentlich habe ich einen sehr guten Orientierungssinn. Aber in Fallout irgendwie nicht. Weil ich die ganze Zeit darauf achte, dass ich nichts übersehe. Und was ich so einsammle. Dann achte ich gar nicht so genau drauf, wo ich eigentlich gerade hinlaufe. Und wo ich herkomme. Und dann geht mir total die Orientierung verloren. Das ist echt richtig schlimm. Hier haben sie die Leute aufgeschnitten, ne? Sieht auf jeden Fall nicht cool aus, Leute. Sieht ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an das Institut, um ehrlich zu sein. Was stand da? Irgendwas mit Gehirn, ne? Gehirnextraktion. Na geil. Huch. Wieder einmal kommt es wegen Ausfällen bei der Ausrüstung zu Verzögerungen in der Abteilung. Die Hirnextraktoren sind aber auch nicht auf eine solche Auslastung ausgelegt. Ich glaube, sie laufen seit einigen Wochen ohne Unterbrechung. Meistens bricht einigen, einige Klinge. Meistens bricht einige Klinge? Eine Klinge, oder? Weil ein Schädel mal besonders hart ist oder die Hydraulik im Zugarm versagt. Wenn das Rückenmark nicht richtig durchtrennt wurde und das Gehirn zu früh herausgezogen wird. Ich hoffe, Ciroletti schreit uns nicht wieder an. Schließlich ist das nicht unsere Schuld. Wir hatten heute in der Extraktionsabteilung ne Menge Spaß. Ansel hatte etwas Bio-Gel mit Grenadine und Wodka vermischt und dann gefragt, wer sich traut, das zu trinken. Es war gar nicht so übel, ziemlich dickflüssig und süß. Und genau mit dem richtigen Kick. Wir haben ein kleines Spiel daraus gemacht, einen Namen für den Drink zu finden. Es gab natürlich jede Menge dumme Vorschläge, aber am Ende haben wir uns auf Extraktor Sunrise geeignet. Blöd nur, dass wir das Rezept nicht an die anderen Abteilungen weitergeben können. Aber Bio-Gel kostet ungefähr 2000 Dollar pro Liter. Und ich glaube nicht, dass Ciroletti begeistert davon wäre, wenn wir ihr Budget wegtrinken. Heute hatte Halstie Geburtstag, also haben wir einen hirnförmigen Kuchen für ihn gemacht. Naja, sowas in der Art. Eigentlich haben wir nur eins der entnommenen Gehirne mit Zuckerguss überzogen. Das haben wir Halstie aber natürlich nicht gesagt. Sein Gesichtsausdruck, als er das erste Stück gebissen hat, war echt zum Todlachen. Ist zwar schade um das Gehirn des Subjekts, aber das war es echt wert. Wir haben hier unten echt eine Menge Spaß. Ja, das glaube ich. Ich hoffe wirklich, dass niemand aus unserer Abteilung versetzt wird. Wir arbeiten super zusammen und unsere Effizienz könnte kaum höher sein. Womack vom Hausmeister-Service hat so einen Kommentar fallen lassen, dass es sich falsch anfühle, die Reste der Subjekte einzusammeln und im Ofen zu entsorgen. Und am nächsten Tag haben mich ein paar Leute aus der Fertigungsanteilung beim Mittagessen gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, die Hirne unserer Testsubjekte zu entnehmen. Ich habe ihnen gesagt, dass mir das nichts ausmacht. Ich weiß nicht, wieso ein paar Leute scheinbar ein Problem damit haben, das wir im Rahmen des Projekts tun. Vielleicht sollten sie sich lieber woanders einen Job suchen. Ja, der Typ hat scheinbar auch keine Verträge mit irgendwas. Einfach irgendwelchen Leuten die Hirne zu entnehmen. Ich meine, okay, es sind Verbrecher. In Amerika ist es ja sowieso noch mal was anderes. Wo es die Todesstrafe gibt. Ob derjenige jetzt die Todesstrafe bekommt oder dadurch stirbt, dass man ihnen das Hirn rausnimmt. Solange man vorher nicht irgendwelche Tests mit ihm macht, die qualvoll sind, macht das ja eigentlich keinen großen Unterschied. Abgesehen von der moralischen Frage natürlich. Aber für denjenigen, in dem das Gehirn rausgenommen wird, ist es ja eigentlich egal, oder? Oh, da ist noch ein Hohleband. Das hätte ich fast übersehen. Ja. 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 So faszinierend es ist, den menschlichen Geist mit Robotik zu verbinden. Manchmal wünschte ich, ich hätte mit diesem Projekt nichts zu tun. Okay, sie hatte ein paar Bedenken, auch wenn die Bedenken nicht sehr weitgehend sind, wie ich finde. Sie denkt eher an ihre eigene Sicherheit, nicht an das Wohl der anderen. Also der Kriminellen, meine ich jetzt. Subjekt A22, Extraktion erfolgreich, keine Schäden, ursprüngliches Alter und Geschlecht 34, männlich. Protokoll, Ziruletti. Hallo, können Sie mich verstehen? Was? Wer, wer ist da? Wo sind Sie? Ich kann nichts sehen. Oh Gott, was habt ihr Leute mit mir gemacht? Ganz ruhig, beruhigen Sie sich. Ich kann meinen Körper nicht spüren, ich kann überhaupt nichts spüren. Was ist passiert? Bitte, das ist schrecklich. Wenn Sie sich nicht beruhigen, muss ich Sie abschalten. Mich abschalten? Sie meinen mich töten? Oh Gott, bitte sagen Sie mir, was Sie mit mir gemacht haben. Schalte A22 ab. Subjekt ist zu labil. Okay, das ist krass, dass das Gehirn scheinbar wirklich... Ja gut, das ist wirklich Folter dann, ne? A57, mögliche Beschädigung des Frontallappens. Alter 22, weiblich. Ihre Bezeichnung lautet Einheit A57, verstanden? Ja, A57 ist bereit für Befehle. Ausgezeichnet A57, Befehlsdiagnose CETA einleiten. Verstanden. Zwei Minuten vergehen ohne Eingabe. Das dauert zu lange, bitte antworten. Fehler, es wurde kein Befehl gegeben. Erwarte Einheitenbezeichnung. Verdammt, ich glaube das Kurzzeitgedächtnis ist hinüber. Ab in den Ofen, probieren wir es mit dem nächsten. Ja, so ist das. Erfolgreich keine Schäden, 30 weiblich. In Ordnung, haben Sie irgendwelche Erinnerungen vor Ihrem Dienst in dieser Einrichtung? Negativ, Ma'am. Sind Sie sicher? Führen Sie einen Intensivscan Ihres Speichers durch. Es wurde uns gemeldet, dass es bei Ihnen Unregelmäßigkeiten im Verhalten gab. Scan läuft, bitte warten. Fehler, unbekanntes Fragment entdeckt. Was? Das kann nicht sein. Meine Arme, meine Beine, sie sind weg. Was ist mit mir passiert? Schalte ab. Aha, da haben wir es. Das war Quadrat, äh, Quadrant, bla bla, im Temporallappen. Kann jemand einen Techniker rufen, damit er das Langzeitgedächtnis löscht? Und sagt Ihnen, dass Sie Ihre Arbeit in Zukunft gefälligst anständig machen sollen. Okay, dort war das Gedächtnis noch drin. Sie löschen also die Gehirne und beschreiben sie quasi dann neu. Subjekt A124, erfolgreich, 36, männlich. Aufnahme läuft, bitte wiederholen. Ich habe gesagt, dass ich Sie töten werde, wenn Sie mich nicht wieder in meinen Körper stecken. Erst Sie und dann alle anderen hier. Interessant, Ihnen ist aber klar, dass Sie nur ein Gehirn sind, das in einem Stimminterface angeschlossen ist, oder? Sie haben also keine Möglichkeit, Ihre Drohung wahrzumachen. Ist mir doch egal, ich finde schon einen Weg. Und wenn es soweit ist, sterben Sie als Erste. Wunderbar, ganz wunderbar. Das Fehlen Ihres Körpers beunruhigt Sie nicht. Nein, es ist egal, ich werde euch alle töten, koste es, was es wolle. Schalte jetzt ab. Ausgezeichnet, sobald Kurz- und Langzeitgedächtnis gelöscht sind, ist das hier bereit. Ich empfehle, dass es Rawlings taktischem Team zugewiesen wird, sobald es in ein Chassis eingesetzt wurde. Lasst mich raten. A, welche Nummer ist es? A124 ist bestimmt unser Mechanist. Könnte ich mir gut vorstellen. Wenn er es irgendwie geschafft hat, sie so zu überreden, so zu überzeugen, dass er angeblich nichts mehr weiß und dann in einen Roboter eingebaut wird und dann richtig Stimmung macht, das könnte ich mir gut vorstellen. Wer ist das? Ein Quanten-Robo-Hirn. Da war nochmal eins. Es könnte ein Gegner in der Nähe sein. Ja, das sind Gegner in der Nähe. Da war noch irgendwas, genau da. Schütztor. Ich liebe mein Gauss-Gewehr. Es ist schon krass, was mit den Leuten hier gemacht wurde. Stellt euch mal vor, ihr werdet so gefoltert werden. Ich würde das Gehirn entnommen. Wie scheiße ist das? Wie scheiße muss das sein? Okay, da gucken wir uns gleich um. Oh, oh, oh. Jetzt stehen sie alle auf. Hacken. Abschalten. Sende-Abschaltsignal. Hat geklappt. Das muss ich mir auch aushalten. Gut, dass ich den abgeschaltet habe. Cool. Wieder ein neues Bauteil gefunden. Muss ich jetzt da wirklich weiter, wo die Meistersperre war? Was hätte ich denn, was macht man denn da, wenn man, wenn man nicht Meisterhacker ist? Man muss doch auch ohne Meisterhacker das DLC spielen können. Ist das hier der Ofen, wo die Leute verbrannt wurden? Wenn es nicht richtig funktioniert hat? Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Mache ich nicht. Keine Sorge. Die Dinger, die kann ich aber nicht öffnen, ne? Sind das auch alles Öfen oder sind das so Kühlboxen, wo die dann die Leichen oder was auch immer reingelegt haben? Vielleicht die Gehirne? Wollen die die Gehirne haben? Sie hätten diese Flüssigkeit reingelegt. Muss ich dann hier weiter, wo das Meisterschloss ist? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Weil, was würde ich denn machen, wenn ich nicht Meisterhacker wäre? Ach ne, hier, Kennwort. Hä, da stand aber doch eben Meister. Eben stand da Meisterhacker, oder? Bin ich jetzt komplett blöd. Naja, egal. Liebe Leute, ich mach hier einen kleinen Cut. In der nächsten Episode geht's dann weiter. In der Robo-Brain-Assembly, also in der Roboter-Gehirn-Zusammenführung, also Zusammenbau. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.